Ich war gestern sehr enttäuscht, dass ich Herrn Fockenhuber in einer, ich glaube es war ein Report, Spezial gesehen habe, der in einer unglaublich schäbigen, auf eine unglaublich schäbige und ungustiöse Art und Weise jene Wähler angegriffen hat, die mich unterstützt haben. Und das ist nicht die Art und Weise, wie man Gräben in Österreich zuschüttet. Also ein Politiker von vorgestern hat hier versucht genau das zu tun, was eigentlich Van der Bellen nicht will. Ich habe gestern noch mit Dr. Van der Bellen telefoniert, habe ihm gratuliert zum Wahlsieg und ich wünsche ihm für diese wirklich wichtige Aufgabe für Österreich alles Gute.